So Leute, Servus auf dem Wieler's Channel. Heute ist der dritte Tag vom Fahren her, ja heute wird sehr viel Offroad und wir machen jetzt noch die Bikes klar und dann geht es eigentlich auch schon los. Ich bin schon mega gespannt, ob wir das alle so durchhalten, wie das geplant ist und ja, wir glaube ich fahren heute richtig coole Spots an. Als erstes fahren wir jetzt dann zu einer Mine und bis dahin wird es ein bisschen ruhiger, aber ich glaube wir kriegen ganz coole Aufnahmen bei der Mine und dann würde ich sagen, sehen wir uns später bei der Mine. Dann seht ihr jetzt schon ein paar coole Aufnahmen. Bis dann, see yaas. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.